Musik Und zwar sehen Sie in der zweiten Reihe unten, das zweite Bild von links, das ist der Prinzesshof. Ich bin Rentnerin und ohne die Kulturloge könnte ich mir Kultur nicht leisten. Die Kulturloge ist ein System, das Menschen mit geringem Einkommen, mit Tickets versorgt, die sonst nicht am kulturellen Leben teilnehmen können. Das ist für mich ein Stück Lebensqualität. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen für das Megalos. Jedes Los leistet wichtige Hilfe für soziale Projekte. Und mit diesen Endziffern haben auch Sie das große Los gezogen. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 488 176. Und jeweils eine Million Euro entfallen auf die Endziffern 59 00 353. Herzlichen Glückwunsch! Du bist ein Gewinn!